Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Scholz und Steinmeier rufen zur Verteidigung der Demokratie auf. In einer eindringlichen Ansprache haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, die Demokratie in Deutschland aktiv zu verteidigen. Beide Politiker betonten die Wichtigkeit des demokratischen Engagements und den Kampf gegen Extremismus und Populismus. In einer Rede am vergangenen Freitag im Bundestag erklärte Scholz Er verwies dabei auf die Erfahrungen der deutschen Geschichte, insbesondere auf die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur, welche eindringlich zeigen, wie fragil und verletzlich demokratische Ordnungen sein können. Scholz hob hervor, dass die demokratischen Werte, die Deutschland heute prägen, nicht selbstverständlich sind. In Zeiten wachsender Unsicherheiten, globaler Herausforderungen und zunehmender Konflikte müssen wir unsere Demokratie schätzen und sie aktiv schützen, so Scholz weiter. Scholz ging auch auf die Rolle der Medien ein und unterstrich deren Bedeutung für die Demokratie. Freiheitsrechte und Pressefreiheit sind Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Eine kritische und freie Presse ist unabdingbar, um eine informierte Bürgerschaft zu gewährleisten und Regierungsarbeit transparent zu machen, sagte er. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich ähnlich besorgt. In einer bewegenden Rede im Schloss Bellevue stellte er klar, Demokratieverluste beginnen oft still und leise. Wir dürfen nie zulassen, dass die Apathie gegenüber der Demokratie um sich greift. Steinmeier appellierte an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben und sich aktiv gegen jegliche Formen des Extremismus zu stellen. Es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, die Demokratie täglich zu leben und zu verteidigen. Steinmeier betonte auch, dass die Demokratie in Deutschland nicht nur von den politischen Eliten abhängt, sondern maßgeblich von einer aktiven und engagierten Bürgerschaft. Er rief dazu auf, sich in Vereinen, Organisationen und politischen Parteien zu engagieren und dialogbereit zu sein. Die Appelle von Scholz und Steinmeier kommen in einem Kontext wachsender Herausforderungen für die Demokratie in Deutschland und Europa. Der Aufstieg populistischer Parteien und Bewegungen, Polarisierung in der Gesellschaft sowie die Zunahme von Desinformation und Hass im Internet stellen ernsthafte Gefahren dar, die es zu bekämpfen gilt. Experten warnen seit Jahren davor, dass die Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien die demokratische Kultur untergraben könnte. Prof. Dr. Heinrich Lang, der an der Universität München Politik und Soziologie lehrt, sagte, wenn wir uns nicht aktiv gegen die Verbreitung von Falschinformationen wehren und den Diskurs in der öffentlichen Sphäre prägen, riskieren wir, dass Misstrauen und Spaltung um sich greifen. In diesem Sinne unterstützen zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen die Forderungen von Scholz und Steinmeier. Der Vorsitzende von Mehr Demokratie e.V., Dr. Ulrich Kümpel, begrüßte die Reden der beiden Politiker und erklärte, es ist an der Zeit, dass wir uns alle unserer Verantwortung bewusst werden. Demokratie lebt von der Partizipation und vom Engagement der Bürger. Nur durch aktives Einmischen können wir unsere demokratischen Errungenschaften bewahren. Auch in der Bildungslandschaft gibt es zunehmende Initiativen, um demokratisches Bewusstsein zu fördern. So wird beispielsweise in Schulen verstärkt auf politische Bildung gesetzt, um Jugendliche für die Prinzipien und Werte der Demokratie zu sensibilisieren. Wir brauchen eine Generation, wird die kritisch hinterfragt und sich stark macht für die Grundrechte, sagt Lehrerin und Bildungsexpertin Kerstin Brauer. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reden von Scholz und Steinmeier ein wichtiger Aufruf in einer unruhigen Zeit sind. Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern eine Herausforderung, die täglich bewältigt werden muss. Die Ansprache der beiden Spitzenpolitiker sollte als Weckruf verstanden werden, sich aktiv für den Schutz und Erhalt der demokratischen Ordnung in Deutschland einzusetzen. Quellenbundestagsrede Schloss Bellevue, Universität München, Mehr Demokratie e.V. Autorin Anita Farke, Samstag, Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.